Herzlich willkommen beim Hightech Talk. Mein Name ist Fisch und ich möchte euch heute den Impact zeigen. Hier sind wir in der Pro-Gamer-Kategorie. Das bedeutet stärkere Grafikkarte, schnellere Prozesse und viel mehr Arbeitsspeicher. Natürlich kann man einzelne Komponenten auch noch erweitern oder austauschen, alles um einen optimalen Spielfluss zu ermöglichen. Mit dem Impact spiele ich Battlefield und Call of Duty. Was im Inneren des Impact steckt, möchte ich euch jetzt zeigen. Hier haben wir einen AMD 6-Core verbaut, der natürlich übertaktet ist. Mit seinen 16 GB Arbeitsspeichern und der starken GeForce Grafikkarte seid ihr perfekt dafür gerüstet, Hightshots zu verteilen. Der Impact ist ein besonders guter, mittelklasse Gaming-PC, der sich hervorragend eignet für Ego-Shooter. Wenn euch das nicht genügt, solltet ihr unbedingt unsere Extreme-Gamer-PCs ansehen, denn die haben noch ein Quäntchen mehr Performance. Nicht vergessen unseren Kanal zu abonnieren, es freut mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.